Eine Tasse Tee kann beruhigen oder einfach nur gut schmecken. Doch was macht die Salus-Tees eigentlich so besonders? Alle Kräuter, Früchte und Gewürze werden bei Salus sorgsam ausgewählt. Salus legt großen Wert darauf, dass die Rohstoffe aus ökologischem Anbau stammen. Alle Zutaten werden besonders schonend verarbeitet. Dabei liegt der gesamte Produktionsprozess in einer Hand. Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Jeder einzelne Rohstoff wird in jedem Schritt sorgfältig behandelt. Entsprechend der jeweiligen Rezeptur werden besondere Anforderungen an die Zutaten gestellt. Am Ende werden alle Komponenten verwoben und gemischt. Das Ergebnis? Feinst verlesene aromatische Teebestandteile mit einem hohen Anteil an wertvollen Inhaltsstoffen. Im hauseigenen Labor werden alle Rohstoffe wiederholt geprüft. Die umfangreichen Kontrollen umfassen Tests auf mögliche Pestizide, Schwermetalle und weitere Schadstoffe. Bei der Entwicklung und der Herstellung gibt es viele wichtige Aspekte. Diese machen die Salus-Tees so einzigartig. Das Salus-Bio-Logo garantiert die Herkunft aller Zutaten aus ökologischem Landbau. Zudem steht es für die sorgfältige Kontrolle sämtlicher Teebestandteile im eigenen Labor. Und hierfür setzt Salus hohe Maßstäbe weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Entdecken Sie die ganze Welt des guten Tees und die Vielfalt des Salus-Teesortiments auf www.salus-tee.de Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!